Nächster Halt, Obering, Ausstieg links, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 133 und 142. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank. Nächster Halt, Knutwigplatz, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 16, 17, 106, 132, 133 und 142. Nächster Halt, Ullrampforte. Nächster Halt, Eifelstraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie 12. Nächster Halt, Barbarossaplatz, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 16, 18 und 978. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt, Zühlpicherplatz, Umsteigemöglichkeit zur Linie 9. Nächster Halt, Rundolfplatz, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 17, 136 und 146. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt, Friesenplatz, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 3, 4 und 5. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt, Christophstraße, Mediapark. Nächster Halt, Hansaring. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr, zur S-Bahn und zur Linie 127. Nächster Halt, Ebertplatz, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 16, 18, 127 und 146. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt, Nächster Halt, Flora Straße, Umsteigemöglichkeit zur Linie 147. Nächster Halt, Neusser Straße, Gürtel. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 3, 10, 121, 140 und 147. Nächster Halt, Molwitzstraße. Nächster Halt, Scheibenstraße. Nächster Halt, Wilhelm-Solmann-Straße. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 12 und 122. Nächster Halt, Altonaer Platz. Nächster Halt, Herforder Straße. Nächster Halt, Mehrfeldstraße. Nächster Halt, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 121, 127 und 139. Nächster Halt, Heimersdorf. Nächster Halt, Umsteigemöglichkeit zu den Linien 122 und 125. Nächster Halt, Nächster Halt. Nächster Halt, Kurweiler. Nächster Halt, Ausstieg links. Nächster Halt, Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn und zum Busverkehr. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020